Guten Abend, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, wir sehen jetzt gerade noch die letzte Übung von unserem Fitnesspartner. Da kommt jetzt gerade eine Nummer mit dem höchsten Schwierigkeitsgrad. Kommen wir doch mal schnell zu mir. Das gibt aber einen Punkt Abzug. Ich möchte jetzt hier gerade von den Techstar T-Shirts reden, die die Kinder tragen. Die gibt es bei GOP zu kaufen und zwar in verschiedenen Farben und in verschiedenen Motiven und sie sind aus einem pflegeleichten Baumwoll-Polyestermaterial. Für die Damen hat GOP ebenfalls eine neue Kollektion von originellen T-Shirts bereit, wie die beiden Modelle in einer modischen Farbe und pflegeleichten Baumwoll-Polyestermischung. Oder die sportlichen Herren T-Shirts, die gibt es auch verschiedener dessen. Sie sind aus 100% Baumwoll oder dann in einer Baumwoll-Polyestermischung. Die glatten T-Shirts gibt es jetzt in Ihrem GOP-Center und in Ihrem GOP-Fahrerhaus zu erstaunlichen Frühlingspreisen. Aber auch die attraktiven Allzweck-Sportschuhe in dieser glatten Farbkombination, die sind sehr beliebt als Strassenschuhe und natürlich auch bewährt im Training. Der Allround-Sportschuhe ist in einer strapazierfähigen Qualität aus echtem, feinem Leder und er hat Verstärkungen vorne an der Spitze und hinten am Fersenteil. Die GOP Allround-Sportschuhe finden Sie jetzt auch in den GOP-Center und in den GOP-Warenhäusern, und zwar zu einem Preis, der für diese Spitzenqualität einmalig ist. Sport gehört zum körperlichen Wohlbefinden wie Körperpflege und auch da bietet Ihnen GOP ein Reichhaltungsangebot an den bekannten Markenprodukten. Wie zum Beispiel die Säufe Fofa mit der wilden Frischi. Sie ist hautpflegend und mild. Oder 8x4, das milde Antitranspirant im praktischen Roland Flacon. Die Fenial Körperlotion ist zart duftend und enthaltet spezielle Proteine. Und das milde, hautpflegende Schaumbad mit dem cremigen Schaum heisst Tonga. Pack ist der Deospray mit der herben Duftnoten und der Frischi für den ganzen Tag. Und für die Zahnpflege gegen Karies gibt es bei GOP Elmex mit Aminflorid. Sie sehen, bei GOP gibt es jetzt viele Angebote und zwar für Sport, Freizeit und Körperpflege. So und jetzt wünschen wir Ihnen noch einen schönen Abend. Und denken Sie an die Aktionen, die gerade kommen. Der Allround-Turnschuh gibt es bei GOP für 25 Franken in der Grössen 30 bis 44. Und bis zum nächsten Dienstag gibt es bei GOP 150 Gramm Früchtequark für nur 80 Franken. Eine Taiti-Dusch wert oder Sport 2,45. Eine Tonga-Dusch-Sport oder Witt 2,45. Und eine Fenial-Duschcreme Classic 3,55. 400 Gramm Pahl für 1,30 und 1 Kilo Matzinger Aliflock für 2,95. 340 Gramm Purina Delicat mit Fleisch 2,75. 170 Gramm Purina Delicat mit Fisch 1,45. Und zwei Dosen Cha-Cha-Cha mit Ton oder Leber und Speck 1,20. Und am Morgen, übermorgen und am Samstag 1 Liter Sonina Sonnenblumenöl nur 3,60. 4,8 Kilo Teddymat statt 13,50 nur 11,50. Und 4 Liter Teddy-Dus statt 5 nur 4 Franken. Auf Wiedersehen. 5.Geräusche Kilo Kennedy